Hey! Oh, Aeris. Was hast du dir nur gedacht? Ich hab dir doch erzählt. Von Zack. Weißt du, am Weimar, meine erste Liebe. Ja. Er ist hier in Gongaga aufgewachsen, weißt du? Da war jemand, der ihm ähnelte. Er entpuppte sich als sein Vater. Wie seine Eltern sich fühlen, hatte ich gar nicht bedacht. Unsere Begegnung hat bestimmt alte Wunden aufgerissen. Also auf mich wirkten sie ganz glücklich. Ach, danke. Lieb von dir. Diesen Zack. Liebst du ihn noch? Also, Cloud, du bist aber ziemlich direkt. Ich glaub' ja. Ihr habt keinen Grund, es nicht zu tun. nicht zu tun. Und, wie war's? Sie meinten, sie hätten nichts gehört. Oh. Dich einfach so sitzen zu lassen. Vergiss den Kerl lieber. Er war Soldat, oder? Falls ja, ist er womöglich längst tot. was? Ja. Cloud! Sorry. Leg mich kurz hin. Sieht so aus. Als würde Cloud Zeig wirklich nicht kennen. Erstmal schlafen. sagen wir mal durch, aspereise kantöne judger CFS. Okay, schlafen ... backkwilste это.